Und auch das Seminar heute und morgen hat einen ganz tiefen Inhalt, um uns zu helfen, ganz in dem Herrn zu wandeln. An jedem Tag, in verschiedenen Situationen. Ich habe mich zurzeit beschäftigt mit der Bergpredigt unseres Herrn Jesus und ich möchte einige Verse aus Kapitel 7 lesen, Abvers 16. In Matthäus 7, Abvers 16, da sagt uns der Herr Jesus, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. In diesen Tagen haben wir gerade eine ganz herrliche Kirschernte. Die Monika hat mir von den Schwiegereltern aus dem Garten Fotos geschickt. Also so wunderbar kräftige, rote, schöne Kirschen. Es ist einfach wie im Märchenfass. Fast so schön, um wahr zu sein. Und die schmecken auch so. Da gibt es auch etwas Kuchen und viele von euch haben schöne Dinge mitgebracht für den Imbiss nachher. Und man merkt, das sind wirklich gesunde Früchte. Wohlschmeckende Früchte. Früchte, die wertvoll sind. Und alle, wie wir hier sitzen, wünschen wir uns ja, dass wir für den Herrn Jesus solche Früchte bringen und im Bild gesprochen solche Bäume sind. Also dieses Jahr, die Äste, die hängen so voll Früchte, dass man direkt Angst haben muss, dass die Äste irgendwie das gar nicht alles tragen können. Und unser Opi in seinem jungen Alter mit 87 Jahren, er ist dann wieder auf den Baum gestiegen. Wir haben gebetet, Opa. Gott hat Gnade gegeben, aber die Früchte, die waren so schön und so gut. Das konnte er sich nicht nehmen lassen. Und das Seminar, das wir heute haben, das soll genau dem dienen. Wir haben das gehört. Gute Bäume bringen gute Früchte. Und wir möchten solche guten Bäume sein. Und hier geht es also um das Innere der Bäume. Hier geht es um das Innere unseres Herzens. Und ein Teil davon ist unser Charakter. Und der Joachim, unser lieber Bruder und Freund, kennen uns jetzt schon viele Jahre, ja. Viele Jahre haben wir festgestellt heute nochmal, ja. Er möchte vortragen Gottes Wort zur Charakterbildung. Und der Vortrag, der jetzt kommen wird, behandelt, Gott wird Mensch, unser charakterliches Urbild. Nach dem Kolosserbrief im ersten Kapitel. Und wir freuen uns darauf und möge Gott das ganz Reich segnen. Und ein ganz herzliches Willkommen an euch alle. Schön, dass ihr da seid, dass wir Gemeinschaft haben können. Und ich denke, wir beginnen den Abend mit Gebet. Und wer es gesundheitlich kann, bitte aufstehen und ansonsten gern sitzen bleiben. Und ich werde beten, dass Gott uns segnet. Lieber Vater im Himmel, wir beten dich an. Du bist der Geber aller guten Gaben. Und wirklich gute Frucht kommt von dir. Und wir staunen in der Schöpfung, was für wunderbare, schöne Früchte du geschaffen hast. Lieber Vater, wir danken dir für all das, was du uns schenkst und gibst und uns trägst und uns führst, Vater. Und wir bitten dich, lass auch uns solche Bäume werden, die wunderbare Frucht bringen zu deiner Ehre. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich um deinen Segen. Auch jetzt hier, wie wir zusammen sind, dass unsere Herzen offen sind, dass dein Wort uns erreicht, dass du zu uns redest und dass du uns stärkst, Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Wir beten dich an und wir geben dir die Ehre. Du hast den Herrn Jesus gesendet in unsere Welt. Er ist am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben, hat sein Blut für uns vergossen, hat bezahlt für unser Leben, dass wir für ihn leben können. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, lieber Vater. Und wir bitten dich, segne uns und stärke uns. In Jesu Namen. Amen. Joachim, dann darf ich dir das Wort übergeben. Vielleicht stellst du dich auch ganz kurz noch einmal vor. Ja, mein Name ist Joachim Pomreen. Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene Töchter und wir werden wahrscheinlich im August zum ersten Mal Großeltern. Da freuen wir uns drauf. Unsere älteste Tochter ist schwanger und da sind wir sehr gespannt. Ein Mädchen soll es werden. Ich arbeite und lebe in Korntal. Das ist bei Stuttgart. Und da bin ich an der Akademie für Weltmission Dozent. Ich war vor dieser Zeit, und da haben Jens und ich uns kennengelernt, viele, viele Jahre Pastor in einer kleinen Gemeinde mit einer Wohngemeinschaft, wo wir uns um Christen gekümmert haben, die Probleme hatten. Aus dem alten Leben ins neue zu kommen und wir haben gemeinsam gelebt und gearbeitet und geholfen, einander auf den Weg zu kommen, Tritt zu fassen im Arbeitsleben und auch vor allem im Glaubensleben voranzukommen. Als Dozent an der AWM ist es jetzt meine Aufgabe, Missionarinnen und Missionare, das sind unsere Studierenden, erwachsene Leute, unser Durchschnittsalter der Studierenden ist 40 Jahre, man stelle sich das vor, und die Studiendauer ist im Schnitt 10 Jahre, weil die sind ja immer wieder auf dem Missionsfeld, kommen dann zurück und dann ist es Zeit, mal eine Weiterbildung zu machen, Abstand zu nehmen von der vielen Praxis, nochmal nachzudenken, was machen wir, wo gehen wir hin und dann nimmt man einen Kurs und da kann man über Leiterschaft etwas lernen, man kann lernen über interkulturelle Studien, wie man lebt und arbeitet in anderen Kulturen und so weiter. Meine Aufgabe ist es, an der AWM zu helfen, das Thema Bildung und Menschenbildung hineinzubringen und da sehe ich meine Aufgabe und auch meine Berufung, zu helfen, dass Menschen Menschen werden. Und Menschen werden heißt ja eigentlich für uns, die wir erlöst sind durch Jesus, Jesus ähnlicher werden. Das ist der Punkt. Und zum Einstieg in die ganze Thematik möchte ich eine Frage stellen. Das ist der Titel eines Buches, der mir sehr gefallen hat, der heißt gläubig und dann? Gläubig geworden und was jetzt? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele Junge hier, finde ich klasse, dass ihr euch heute Zeit nehmt. Finde ich super und bin gespannt, was ihr davon haltet, was ich sage und ob es euch etwas bringt. Und die Frage ist doch, wenn man zum Glauben gekommen ist und angefangen hat, jetzt an Jesus zu glauben, ist das jetzt alles gewesen? Oder worum geht es jetzt? Manchmal ist es doch so, wir hören dann die Botschaften oder Predigten, auch ich predige, habe oft so gepredigt, es geht darum, sein Leben Jesus zu übergeben. Und das ist dann der Anfang eines Lebens mit Jesus. Aber wie das genau geht und worauf es dabei eigentlich ankommt, ist manchmal dann nicht so klar. Das ergibt sich dann irgendwie so, wenn man dann in der Gemeinde ist. Also oft ist es so. Die Bibel hat aber interessanterweise sehr viel Detaillierteres dazu zu sagen und Konkreteres, als nur, dass man sagt, jetzt kommst du in die Gemeinde und wirst du halt ein Gemeindeglied. Und dann geht es um Veränderungen. Als ich zum Glauben kam, damals, da war ich 17 Jahre alt, da war ich in einer großen Sinnkrise und das heißt, ich wusste nicht richtig, wer ich war, wo soll ich hin, was soll das alles mit dem Leben und so. Da habe ich mich zu Jesus bekehrt und danach hat man mir gesagt, so, jetzt bist du jünger Jesu geworden, jetzt betest du und gehst in die Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Ich habe gebetet, bin in die Gemeinde gegangen. Das ist gut, aber das ist längst nicht alles. Die Gemeinde ist ja ein Ort, wo etwas passieren soll. Was soll da geschehen? Die Bibel ist voll davon, was da alles geschehen kann. Was soll denn aber dort eigentlich geschehen? Und ich glaube, dass die Gemeinde ein Ort ist, an dem wir wachsen und reifen, in dem wir wachsen und reifen können. Wo wir eine Gemeinschaft finden von Gleichgesinnten, die sich darum bemühen, Jesus ähnlicher zu werden und das ohne Krampf und das ohne Zwang und Lastenschleppeln, sondern auf eine Weise, die viel mit Freude zu tun hat, mit Leben zu tun hat. Und darum soll es jetzt gehen in den Stunden, die wir haben heute Abend und morgen. Was sagt Gottes Wort eigentlich dazu? Und wie geht das? Wie kann man das fördern oder sogar machen? Welche Voraussetzungen braucht es dafür? Und ich möchte euch den Reichtum des Wortes Gottes hier ein bisschen aufschließen. Wir können ja keine Charakterschulung jetzt machen, aber wir können darüber nachdenken, wie wir vielleicht Wege finden, das zu tun am Ende, ganz praktisch auch zu tun. Jens hat im Gespräch, haben wir gesprochen nochmal, heute Mittag gesagt, der Zimmermann ist ein Zimmermann, wenn er ein Haus gebaut hat und nicht, wenn er seine Ausbildung fertig hat und hat alles auf dem Papier gezeichnet. Dann bin ich noch kein Zimmermann, ich muss es gebaut haben. Und so sind auch wir berufen, eigentlich im Grunde von Gott, das zu werden, was wir eigentlich bereits sind. Also dieser Spruch, den finde ich sehr sinnig, werde, was du bist. Werde das, was du eigentlich bist. Nämlich was. Und das ist das Geheimnis, das wollen wir heute Abend ein bisschen lüften. Es geht also um den Charakter. Und ich habe festgestellt, das sind ein paar Druckfehler, das ist aber meine Schuld. Es geht um Kolosser 1, Vers 15 und Vers 27 bis 29. Die Bibelstellen möchte ich euch gerne geben und mit ihnen etwas sagen. Ich möchte mehrere Stellen zusammenbringen und das soll Aufschluss geben über die Bedeutung von Charakter und wieso Charakter wichtig ist, eigentlich in der Bibel sehr wichtig ist. Für die, die schon länger mit Gott unterwegs sind und auch ältere Traditionen kennen, der Begriff Heiligung ist das gleiche. Im Prinzip. Es geht darum, dass wir Jesus ähnlich werden. Und da heißt dann in Kolosser 1, Vers 15, Kolosser 1, Vers 15, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Jesus, das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt, in anderen Worten gesagt, wer Gott sehen möchte, der sollte Jesus kennenlernen. Dann weiß er, wie Gott ist. Jesus sehen heißt Gott sehen. Wenn ich wissen will, welche Eigenschaften Gott hat, dann muss ich mir die Eigenschaften Jesu angucken. Dann weiß ich, welche Eigenschaften Gott hat. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, denn der Vater ist und bleibt unsichtbar. Und in Vers 27 bis 29 kommt dann was ganz Spannendes. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, am Ende von Vers 27. Dieser Jesus ist in uns. Er ist sowohl unter uns, in der Gemeinde, als auch in uns. Und dass er in uns ist, bedeutet, dass wir in uns ein Potenzial haben, eine Möglichkeit haben, uns zu verändern. Das hat Gott in uns hineingelegt. Dadurch, dass Jesus in uns ist. Da sind Möglichkeiten da, die wären nicht da, wenn Jesus nicht in uns wäre. Und es geht ja darum, Jesus ähnlicher zu werden. Und in Klammern kurz dazu gesagt, stellt euch vor, als das Evangelium nach Europa kam, ins griechische Reich praktisch, Paulus nach Athen, da trifft das, der christliche Glaube trifft auf ein ganz ausgeklügeltes System oder Bildungssystem der Griechen, der Tugend. Die Griechen waren ja Vorreiter an dem Punkt. Die waren sehr oft Tugenden aus. Und Tugend hat mit Charakter sehr viel zu tun. Für sie war der vollkommene Mann natürlich der Held, der im Krieg gewinnt und dadurch die Möglichkeit hat, eine Stadt zu regieren. Das ist der Held des Griechentums eigentlich. Und um den Charakter, den man dafür braucht, einzuüben, gibt es die Tugenden, das, was taugt. Und die drei Haupttugenden, die sie hatten, das war Sport, Musik und Reden, Philosophieren, Rhetorik reden können. Das sind ihre drei großen Säulen, auf denen die Charakterbildung darstellen sollten. Und wer ein guter Grieche war, also tugendhaft, der konnte das. Der konnte Musik, der war sportlich, hatte einen guten, durchtrainierten Körper und konnte auch gut philosophieren, reden. Das sind die Leute, die man eigentlich brauchte. Das war die Tugendlehre, die sie darum gebaut haben. Und die prägte das ganze Leben. Jetzt kam das Evangelium nach Griechenland, in diese Kultur hinein. Und das Evangelium war, und so haben es die Apostel dann am Ende verstanden, der christliche Gegenentwurf dazu, praktisch. Sie haben gesagt, ja, aber nicht den Menschen auf den Sockel stellen und anbeten, sondern wie Jesus werden. Das ist eigentlich der wahre Charakter. So möchte Gott den Menschen haben. Und so war das Menschenbild der Griechen anders als das der Christen. Die Christen hatten dann andere Ideale und Tugenden. Und davon spricht Petrus nachher, das werden wir hören, wie er Wert darauf legt, zu sagen, Leute, jetzt werde tugendhaft wie die Griechen, aber im Sinne Jesu. Das ist es, was wir wollen. Das heißt, und das finde ich spannend für heute, wer sich bekehrt hat damals, der wusste, jetzt lebe ich ein Leben in dieser Gesellschaft, das ein anderes Zeugnis setzt, als was um uns herum ist. Wir können jetzt als wiedergeborene Christen zeigen, was wirklich Liebe ist. Denn Barmherzigkeit und Sanftmut, das war nicht tugendhaft in der Kultur damals. Das war Schwäche. Und Geduld, Nachsicht, all diese Dinge, von denen wir leben, weil Gott geduldig und barmherzig ist, das war eine Schwäche in dieser Kultur. Sodass man also, wenn man Christ war, ein ganz anderes, ganz auch eine Charakterprägung äußerte. Und sie lernte, wie ein Gegenentwurf zu dem, was um sie herum war. Da war es nicht wichtig, ob man einen athletischen Körperbau hatte. Das war nicht notwendig, um tugendhaft zu sein bei Gott. Deswegen sagt Paulus zum Beispiel so, kennt die Stelle, ja, die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Das muss man aber im Kontext der Zeit verstehen, weil leibliche Übung heißt. Nämlich so richtig, wie im damaligen Gymnasium, rumrennen und voll Athlet werden und mit einem Superbody dann da stehen und sagen, das ist mein Körper, ein Körperkult auch. Und da sagt der Paulus, das nützt gar nichts. Das hilft nicht weiter. Ist nett, aber das bringt es nicht. Da merkt ihr, den Gedanken, den ich euch mitteilen möchte, ist, dass Charakter und Stärke des Charakters und Tugendenleben war damals christliches Leben. Und dann kamen Zeiten, wo man dann mehr so sich verlagert hat auf ich habe die Wahrheit, ich habe das richtige Denken oder ich habe die Wahrheit und du nicht. Versteht ihr den Unterschied? Da ging es nicht mehr ums Leben so sehr, sondern ums Rechthaben. Und manchmal ist es heute vielleicht auch noch so, dass es anstatt ums Leben geht, ums Rechthaben geht. Und das ist aber eigentlich gar nicht das Motiv gewesen, warum Gott Mensch wurde. Er wollte nicht Rechthaben, sondern er wollte uns zeigen, was Menschsein heißt. was wahres Menschsein eigentlich heißt. Was ist das eigentlich Mensch werden? Und da ist er selbst Mensch geworden, um es zu zeigen. Jesus ist praktisch ein Vorbild für uns, wenn wir unseren Charakter einüben, prägen und stärken wollen. Das heißt, wenn wir uns jetzt auf das Wort hier konzentrieren, wieder machen den Schlenker zurück auf die Stelle, wo wir den kleinen Ausflug jetzt gemacht haben, da lesen wir dann hier im Vers 27, Kolosser 1, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt geht es los in 28. Ihn verkündigen wir, und es ist ja spannend, wir verkünden ihn, also nicht nur mit Worten, sondern indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Das ist eine ganz spannende Stelle. Da steht nicht nur, dass beispielsweise der Prediger oder die hier predigen, sich abmühen und Predigt über Predigt rauslassen und unglaublich viel ermahnen und lehren, sondern das Ziel der ganzen Geschichte ist, sie tun das deswegen, damit jeder von uns vollkommen in Christus wird. Und da merkt man schon, wenn das das Ziel ist von Verkündigung, das verkündigt man anders. Da möchte man nicht nur die Inhalte der Bibel bekannt machen oder auslegen, sondern man möchte mit dem, was man sagt, helfen, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Das ist ein ganz starkes Motiv und auch ein ganz starkes Ziel dahinter. Und das hat Paulus gesagt, das ist mein Motiv, warum ich predige. Ich möchte Jesus verkünden, indem er jeden Menschen ermahnt, also auch persönlich, in Weisheit lehrt, was ist dran in deinem Alter mit 15 Jahren, um Jesus ähnlicher zu werden, was ist dran in deinem Alter, was ist dran, wenn es darum geht, krank zu sein, wie kann ich dann Jesus ähnlich sein, indem all diese Dinge finden plötzlich einen ganz tiefen Sinn. Und es geht nicht nur darum, einfach nur die biblische Wahrheit zu sagen. Versteht ihr den Unterschied? Das ist ja vom Motiv her anders. Einen Menschen informieren über das, was hier steht, ist das eine. Das verändert niemanden erst einmal unbedingt, auch wenn das Wort Gottes selber viel Kraft hat. Aber die Absicht, mit der Paulus das macht, das ist der Schlüssel. Ich möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Deswegen machen wir dies Thema, dies Thema. Zum Beispiel jetzt mit den Früchten des Geistes. Das hat ja ein Ziel, eine Bestimmung. Also, jetzt ist dann die Frage, ja welche Werte denn? Welche Werte, welche Tugenden sind denn wichtig? Vom Charakter her. Und da ist eben Jesus unser Vorbild. Das Bild schlechthin. Er ist das Bild Gottes. Es gab mal so eine Bewegung, die fand ich gar nicht so schlecht, die hieß What would Jesus do? Kennt ihr das mit den Bändchen? War mal zeitlang modern, ist jetzt wieder aus der Mode gekommen, aber die Idee ist doch klasse, dass man sich Gedanken macht. Ich möchte das jetzt machen, in der Situation, was Jesus auch getan hätte. Das möchte ich jetzt einfach leben. Und das finde ich sehr gut. Das ist genau der richtige Weg eigentlich. Denn hier geht es ja darum, Gottes Willen tatsächlich zu tun. Und nicht nur darüber zu reden. Und ihn einfach nur bekannt zu machen, sondern ihn zu tun. Was göttlich ist, sehen wir also an Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Da hinein sollen wir verwandelt werden, aber dafür braucht es Arbeit, Mitarbeit und Anstrengung. Also um den unangenehmen Punkt kommen wir doch nicht rum. Das ist nicht einfach nur ein Wunderwerk, was so plötzlich passiert, sondern es passiert Ihnen sehr viel. Da können wir nachher noch drüber reden, oder vielleicht auch mal austauschen, was alles passiert, wenn der Geist Gottes Wohnung nimmt in einem Menschen. Da geschieht schon enorm viel. Und ich hatte einen Freund, der war Türke, er ist Türke, hat türkische Wurzeln, so hat er sich zu Jesus bekehrt. Und das war ein unglaublich jezorniger Mensch, hat er gesagt. Und als dann Jesus in sein Herz kam, da war das mit einmal weg. Das heißt, der Heilige Geist kann viel machen, was wir gar nicht vielleicht hinkriegen könnten. Aber er tut nicht, sag ich mal so, er nimmt uns das letztlich aber nicht ab, dass wir selber auch mitarbeiten müssen. Das heißt auch mal üben müssen. Geduld üben. Ihr kennt das Wort, in der deutschen Sprache ist das schon gut darin. Ich übe mich in Geduld. Das heißt, ich komme immer wieder in Situationen, wo ich Geduld lernen muss. Immer wieder. Bis ich Geduld gelernt habe. Und dann ist es eine Charaktereigenschaft. Etwas, was mich prägt. So ist das eigentlich zu verstehen. Dafür braucht es Arbeit, Mitarbeit und Anstrengung. Es braucht dafür Mitarbeiter in der Gemeinde, Prediger, Hirten, Seelsorger, wie auch immer man das nennen möchte, Dienste, die sich das zur Aufgabe machen. Paulus hat es sich zur Aufgabe gemacht. Das heißt, das passiert nicht einfach so nebenbei. Das muss man absichtlich wollen. Und das ist ein, finde ich, manchmal doch weit verbreiteter Gedanke. Man denkt, es genügt, wenn wir so das Wort Gottes kennen und damit leben irgendwie. Aber hier, bei der Charakterbildung und dem Verwandeltwerden in das Bild Christi braucht es eine Absicht. Das muss ich wollen. Und da muss ich auch mitmachen wollen. Ich kann mich dem ja auch verweigern. Sagen, ich bleibe, wie ich bin. Und das ist keine gute Einstellung. Die hilft nicht wirklich weiter. Veränderung ist eine Absichtssache. Das möchte ich. Und ich möchte das auch wirklich, ich möchte mitarbeiten darin. Charakter ist Prägung. Und niemand, der zu Gott kommt, fängt wie ein weißes Blatt Papier an. Wir sind alle geprägt auf eine Art und Weise. Wir bringen was mit, eine ganze Menge, schon an Charakter oder auch an Charakterlosigkeit, an Tugenden und Lastern vielleicht. Die Tugendkataloge werden wir noch lesen in Galaterbrief, Korintherbrief. Das bringen Menschen einfach mit. Sie haben vielleicht gelernt zu lügen. Da ist im Charakter, wir sagen das an Charakterlos, Untreue vielleicht einfach drin. Oder Lieblosigkeit einfach drin. Die Bibel ist ja voll hier von den ganzen Beispielen. Da muss man eben von der Untreue zur Treue kommen. Treue lernen. Und das ist nicht ein Wunder, dass das geschieht, sondern es ist auch eine Übung, dass das passiert. Treue kann man lernen. Liebe kann man auch üben, lernen. Jemanden tragen kann man auch lernen. Tragfähig sein, als Tugend beispielsweise. Das ist ein tragfähiger Christ. Er hat es gelernt. Das ist nicht einfach nur eine Gabe. Und hier kommen wir an einen wichtigen Punkt, dass wir unterscheiden sollten zwischen Charakterbildung und übernatürlichen Gaben. Das behandeln wir nicht. Wo also Gott einfach eine Gabe schenkt und du hast überhaupt gar nichts dafür getan. Das ist wunderbar. Aber das ist nicht das Thema. Wir reden von Charakterbildung. Es ist die Prägung, dass wir mitarbeiten an der Prägung Gottes, die er für uns vorgesehen hat. Wie wurden wir geprägt? Was hat uns geprägt? Vielleicht Angst? Oder Furcht? Oder Freude? Oder Liebe? Und das sind Dinge, die hier sehr wichtig sind, gerade in der Gemeinschaft der Gläubigen. Dass wir hier eine große Chance haben, miteinander einander zu prägen. und dafür braucht es auch Vorbilder. Also kommen wir jetzt von dem Bild, das ist Jesus, zum Charakter, das ist die Prägung und Tugenden und Werte, das sind die Dinge, die uns dann kennzeichnen sollen. Es braucht Tugenden und Werte. Und Tugend, ich sage mal ganz einfach, ist das, was taugt. Da kommt ja sofort die Frage, ja taugt wozu? Wozu soll es tauglich sein? Wozu soll ein Christ tauglich sein? Wozu soll ich taugen, wenn ich 14 Jahre bin, zum Glauben gekommen bin, wozu bin ich so, wozu soll ich tauglich sein? Oder wenn ich älter bin, mit 57 jetzt, wozu soll ich tauglich sein noch? Ich soll was taugen im Beruf und so weiter, das kennen wir, aber was heißt es für Gott tauglich sein? Und das ist die Frage danach, nach meiner Bestimmung. Wozu bin ich denn bestimmt eigentlich? Wozu lebe ich denn jetzt auf der Welt als Christ? Was ist meine Bestimmung, meine Aufgabe? Ich habe als Beispiel ein Messer mitgebracht. Ich sammle gerne so Taschenmesser und Klappmesser, das mag ich einfach. Über die Jahre hinweg ist dann eine kleine Sammlung entstanden. Das hier ist ein Messer und das nennt sich Rettungsmesser, heißt das. Das kann ich aufklappen und da sehe ich also ein Messer, da kann ich schneiden. Dann hat es hier eine Klinge, damit kann ich ein Autogurt, den Sicherheitsgurt durchtrennen im Notfall und einen Dorn, womit ich eine Autoscheibe einschlagen kann. Für den Fall des Falles. Es nennt sich Rettungsmesser. Wofür braucht man sowas? Naja, die Bestimmung des Messers ist, ein Rettungsmesser zu sein. Die Tugenden des Messers sind die Gurtaufschneideklinge, der Dorn, der die Scheibe zerschlagen kann und eine Klinge, womit ich irgendwas schneiden kann. Das wären die Tugenden. Ja, es taugt. Das ist die Tauglichkeit. Damit haben wir also ein taugliches Messer. Es taugt zum Schneiden, Auftrennen von Sicherheitsgurten und Einschlagen von Autofenstern. Also, das ist die Bestimmung des Messers. Wenn ich damit jetzt Nägel in die Wand schlage, dann missbrauche ich das Messer. Es wird seiner Bestimmung nicht gerecht. Ich mache es mit Umständen sogar kaputt. Und es ist auch unwichtig, ob das jetzt vergoldet ist oder ob es Plastik ist, spielt alles auch keine Rolle. Das Aussehen ist völlig zweitrangig. Es geht darum, dass es seine Bestimmung erfüllt. Und das wird sich dann im Notfall zeigen. Und ähnlich ist es mit unserer Bestimmung auch. Wozu sind wir denn bestimmt? Was ist unsere Bestimmung? Im Vergleich, das ist ein einfacher Vergleich, macht das deutlich. Das Messer hat eine klare Bestimmung, ist entsprechend ausgestattet. Mit den Tugenden. Dazu taugt es. Wir als Christen haben auch eine Bestimmung. Gott hat uns auch eine Bestimmung gegeben und mit dem ausgestattet, was wir brauchen, um dieser Bestimmung gerecht zu werden. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das ist nicht die Frage nach dem, was ich tun soll für Gott. Das ist die Frage nach dem, ich bin vor Gott. Wer bist du vor Gott? Und da gibt Petrus eine ganz interessante Antwort darauf. Er sagt, und nun redet er uns alle an, in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und jetzt kommt es halt mal. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht beim Herzigkeit empfangen hattet, jetzt aber beim Herzigkeit empfangen habt. Ein ganz spannender Abschnitt, weil hier genau das drin ist, was mit dem Rettungsmesser auch ist. Was sind wir denn? Wir sind keine Rettungsmesser, wir sind ein königliches Priestertum. Was macht das königliche Priestertum? Es soll die Tugenden Jesu verkünden. Der hat uns ja errettet aus der Finsternis zum Licht. Wir sollen verkündigen, was Jesus ist, wer er ist, seine Eigenschaften. Und wie verkündigen wir die am besten? Indem wir sie leben. Nicht nur, indem wir darüber sprechen, dass Jesus barmherzig ist, sondern selber barmherzig werden. Nicht nur darüber reden, dass Jesus Glauben hat und Vertrauen hat und Gott gehorsam war, sondern selber gehorsam sein. Tugenden verkündigen, das geht auf zwei Weisen. Eine effektive, eine uneffektive. Die uneffektive Weise ist, ich proklamiere das nur. Wir sollten lieben, wir sollten viel mehr Vergebung haben. Vergebungsbereitschaft kann ich proklamieren. Es ist relativ uneffektiv, wenn ich Vergebung lebe, indem ich selber vergebe, dann wird es effektiver. Das sollte zusammenkommen. Und das ist das Traurige im Laufe der Kirchengeschichte, das ist auseinandergegangen. Es war plötzlich möglich, nur noch darüber zu reden, was gut und richtig ist. Muss es aber selber nicht mehr tun. Und das geht nicht. Das ist nicht im Sinne Gottes. Dann wird es eine verkopfte Theorie, eine Lehre im schlechten Sinne. Wer Liebe predigt und nicht liebt, der sollte nicht über Liebe predigen. Und das Thema beispielsweise Trösten. Ich kann eine wunderbare Bibelarbeit über Trost halten, aber zu trösten, das ist das Bessere. Versteht ihr, wie ich das meine? Die Grundlagen holen wir aus den Worten Gottes. Das Tun ist dann das Entscheidende. Also nicht nur über Trost reden, sondern auch trösten. Nicht nur über Liebe reden, sondern lieben. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das ist eigentlich sehr einfach. Aber es ist nicht einfach, das umzusetzen. Weil jetzt kommt eine große Herausforderung an uns. Wie kann ich denn das jetzt verkünden, indem ich nicht nur proklamiere, sondern auch tatsächlich mich selber mitverändere? Und da kommen wir dann im Laufe der Zeit noch darauf, dass wir darüber nachdenken wollen, wie wir da ganz praktische Schritte gehen können. Ist das bis hier soweit erstmal? Macht das Sinn? Verständlich, ne? Und ist auch nichts Neues, oder? Ist eigentlich etwas ganz Grundlegendes, Einfaches, aber es ist nicht einfach, das umzusetzen. Ich neige auch dazu, immer wieder abzurutschen, darüber zu sprechen. Aber das selber dann zu tun, das ist nicht so einfach. Und dafür braucht es Gemeinschaft. Einer hat mal gesagt, ein bekannter Theologe, das ist die Krankheit auch der Theologen, hat er gesagt, die reden am Ende nur noch über Gott, aber nicht mehr mit Gott. Das ist genau das gleiche Problem. Und das kann uns in allen Dingen passieren. Wir, die wir Gottes Wort haben, schlaue Leute sind, lesen können, nachdenken können, am Ende reden wir über die Dinge, aber wir tun sie nicht mehr. Und das ist eine Gefahr, die droht immer, und da muss man hier bei Charakterbildung besonders ins Auge blicken, weil die Proklamierung von Werten ist nicht der Schlüssel, sondern sie auszuleben ist der Schlüssel. Und ich denke, da seid ihr unterwegs. Wenn wir an der AWM oder ich an der AWM diesen Kurs unterrichte Charakterbildung, dann komme ich nicht nach vorne und sage, so liebe Leute, jetzt könnt ihr von mir ganz viel lernen. Ich bin nämlich charakterlich unglaublich weit, sondern was ich mache ist, haben wir doch den Mut, die Baustellen mal zu zeigen. Da, wo ich jetzt untergebracht bin, zu Gast bei euch, Jens, Monika und ihrer Familie, ist hinten eine riesen Baustelle. Da steht noch fast überhaupt nichts. Der ganze Boden ist freigelegt, da liegen Eisen rum, alles ist eine Morsbaustelle. Und den Mut zu haben, und dann nicht in Vorhang vormachen, sagen, ach, ist das schön hier, sondern auf mal, guck mal, das ist meine Baustelle. Da bin ich überhaupt gar nicht fertig, aber ich bin dran. Und ich will auch nicht versuchen, das zuzukleistern, so schöne Bilder rumzustellen. Als bei uns das Gemeindehaus gebaut wurde, da wurde über Jahre hinweg eine Wand rumgestellt mit Bildern, wie es mal aussehen soll. Dahinter war nichts. Und das Gleiche ist jetzt auch, man kann das schön kaschieren, macht eine Wand rumrum und malt das toll an, so sollte es eigentlich sein. Ist aber nicht so. Und das ist das, wo wir lernen als Christen, oder vielleicht umlernen müssen, ehrlich zu sein. Gemeinschaft ist eigentlich ein Ort, wo ich mich trauen kann, die Dinge auch zu sagen, die ich noch nicht kann. Meine Baustelle auch immer zu zeigen. Ich komme an dem Punkt einfach nicht weiter. Oder da klemmt es bei mir. Ich kriege das nicht hin, Geduld. Immer wieder raste ich aus, beispielsweise zu Hause und so. Und dann klingelt es und dann wird gelächelt und niemand merkt was. Das sind alles so Dinge, ihr kennt das ja alles. Darf das hinein in eine Gemeinschaft? Diese Schwachheit? Ich denke, ja. Weil wenn wir Charakter lernen wollen, dann müssen wir auch sehen, dass wir unsere Laster loswerden. Das ist nämlich das Ablegen des alten Menschen, Anziehen des neuen Menschen, ist kein mystischer Akt irgendeiner geheimen Geschichte, sondern das ist etwas ganz konkret, ich lege die Laster ab und lerne jetzt das andere. Ungeduld ist ein Laster und Geduld ist eine Tugend. Und so gehe ich dann von dem zu dem. Und das ist der Weg, den Gott eigentlich mit uns gehen möchte. Er möchte uns dabei helfen. An einem Beispiel wird das deutlich in der Bibel, dass Jesus ja sogar selber gelernt hat, nämlich Gehorsam, wie es da steht. Nicht, weil er so ein rebellischer, bockiger Sohn Gottes war, sondern er hat den Gehorsam lernen müssen, ans Kreuz zu gehen. Den hat er lernen müssen. Das hat er interessanterweise vom Himmel nicht mit runtergebracht, heißt das. Mutig, ne? Dass Gott in seiner Menschwerdung ein solches Risiko eingeht, dass Jesus sagen kann, das ist mir zu viel. Und dann sagt er am Ende, nein, ich mache es doch. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, sagt er am Ende. Und lernt damit. Und das ist für mich ein ganz starkes Vorbild, dass wir Dinge lernen können, die wir brauchen, im Reich Gottes arbeiten zu können. Das eine sind die übernatürlichen Gaben, davon reden wir jetzt nicht, sondern von dem, was wir eigentlich alle brauchen, diese Eigenschaften Jesu zu lernen. Wir können das. Wir können das, weil wir in uns die Kraft haben. und das ist das Besondere gewesen an der christlichen Charakterbildung, dass sie ganz und gar gründet in dem, was Gott uns gibt und nicht wie bei den Griechen auf körperliche Kraft setzt, auf mentale Fähigkeiten, dafür musst du echt ein kluges Köpfchen sein zum Philosophieren und du musst musikalisch sein, nicht jeder ist das. Du musst gesund sein, um es überhaupt zu können. Schwache oder Missgebildete kommen da nicht mit. Und irgendwann hört das auf. Wenn man dann zu alt wird und man eben nicht mehr so athletisch ist und nicht mehr der Held sein kann, bist du absolviert. Und genau das ist bei Gott überhaupt nicht der Fall. Sondern er hat für uns etwas bereit in der Charakterbildung für jedes Alter, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob stark oder schwach, ob schön oder nicht schön, spielt da keine Rolle. Sondern der Charakter ist das, was von innen heraus uns prägen soll. Also, wozu sind wir bestimmt? Und da heißt es jetzt hier, wir sind ein königliches Priestertum. Und das ist gar nicht so einfach, weil heute mag man keine Könige mehr. Ich denke, er hat auch seine guten Gründe. Die sind einfach zu teuer. Wenn man das mal anschaut in England, das ist unheimliches Geld, wird da verbraten. Wir haben keinen Bezug mehr dazu. Wir sind demokratisch erzogen worden. Was brauchen wir als König? Und Priester ist auch schwierig zu verstehen, weil wir ja gerade keine Priester mehr brauchen. Jemand, der was vermittelt zwischen mir und Gott, das ist doch Jesus allein. Aber warum sind wir ein königliches Priestertum? Königliches Priestertum heißt erst einmal, königlich wird an den Anfang gestellt. Das heißt, wir sind dazu berufen, etwas auszuüben, eine Autorität auszuüben. Wir dürfen also, wie ein König das auch kann, Macht haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass uns etwas gegeben ist. Eine Kraft ist uns gegeben. Wir haben von Gott eine Kraft bekommen, mit der wir herrschen dürfen. Und herrschen heißt, wir werden und haben die Verheißung, Wege zu finden, dass wir Gottes Willen wirklich tun. Ich will es mal so auslegen, erst einmal. Dass wir die Macht haben, Gottes Willen zu tun. Und das heißt auch, herrschen über die Sünde, heißt das nämlich auch. Herrschaft ausüben über das Böse. Herrschaft ausüben über das in mir, was nicht gut ist. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Königliches Priestertum. Jetzt kommt aber das Eigentliche. Priestertum, das heißt ja nicht priesterliches Königstum, sondern königliches Priestertum. Das bedeutet, wir haben eine Kraft bekommen, aber es geht nicht darum, diese Kraft in den absoluten Vordergrund zu stellen, sondern königlich heißt, Herrschaft ausüben über das Böse. Und jetzt kommt der Priester. Das Priestertum ist das Entscheidende. Im alten Israel war doch die Aufgabe des Priesters, tatsächlich für das Volk einzustehen. Und ich deute es hier ein bisschen auf die Welt. Wir sind es doch für die Welt. Wir sind doch dazu berufen, in dieser Welt diese Welt auch vor Gott zu bringen. Und dass er sich über sie weiterhin erbarmen möchte. Dass wir die vielen bösen Dinge, die um uns herum passieren, dass wir sie sehen, erkennen und auch unter ihnen ein Stück weit leiden, aber auch vor Gott bringen. Das ist der Priester, der das tut. Die Menschen, die Ungläubige, die Jesus nicht kennen, das Wort Ungläubig klingt heute anders in dieser Zeit, die Menschen, die Jesus nicht kennen, noch nicht kennen, sie vor Gott zu tragen, wie es ein Priester tut. Ein Priester ist getrieben von Barmherzigkeit, von Mitleid. Er ist getrieben von Liebe, aber auch ganz klar von einem Bewusstsein, was gut und böse ist, was Licht und was Finsternes ist, was Lüge und Wahrheit ist, was Leben und Tod ist. Ein Priester weiß das. Wenn er das nicht gewusst hätte im alten Israel, wäre er umgekommen bei diesem Dienst. So hart ist das eigentlich aus Gottes Augen. Wir aber sind so ein Volk. Stell dir das mal vor. Und das auch ohne musikalisch sein zu müssen, ohne philosophisch drauf zu sein, ohne körperlich, wer weiß wie stark zu sein, sind wir ein kündliches Priestertum. Das sind wir vor Gott. Und das bedeutet, wir herrschen einmal über Sünde. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Zweitens, wir sind voller Barmherzigkeit für diese Welt und bringen sie vor Gott, den guter Priester, das macht. Und drittens, wir verkündigen die Tugenden Jesu. Und sie verkündigen heißt, die Eigenschaften Jesu leben. Wir leben hier, und das ist unser starkes Zeugnis, als Gemeinde in dieser Welt unter den Augen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt leben wir das aus, was Jesus ist in seinen Eigenschaften. Das ist unsere Bestimmung. Und da gibt es noch viele, viele andere Dinge, die man noch sagen kann, wozu wir bestimmt sind. Zum Beispiel zur Freiheit sind wir auch bestimmt. Das ist auch ganz spannend, aber das wären jetzt so Dinge, die dazu geordnet werden. Im Wesentlichen sind wir bestimmt dazu, die Tugenden Jesu zu verkünden. Das heißt, mit Wort und Tat zu leben, das ist unsere Aufgabe. Wir sind dazu bestimmt, auch zum Beispiel Mann oder Frau zu sein. Auch interessant, ne? Wir haben viele Bestimmungen im Detail. Ein sehr reichhaltiges Bestimmungspaket ist uns mitgegeben worden. In dem Alter, wo ihr seid, seid ihr dazu bestimmt, junge Leute zu sein. Ihr seid nicht dazu bestimmt, in dem Alter Opa und Oma zu sein. Das wäre die Reihe dahinter oder hier. Wir sind jetzt dazu bestimmt, auch Großeltern zu sein. Das ist eine Bestimmung, die uns gegeben wird von Gott. Durch die Alter hindurch, durch die Geschlechter hindurch, durch die Reifegrade hindurch, die wir haben und dann eben in all dem altersgemäß, reifegemäß, stärkegemäß, wie wir sind, das zu tun, was Jesus von uns möchte, nämlich seine Eigenschaften leben. Das heißt, auch als Kind kann ich Vergebung lernen. Das kann ich lernen als alter Mann oder als junges Mädchen. Ich kann lernen, barmherzig zu sein als Kind oder als Erwachsener. Jeder auf seine Weise kann also dann die Tugenden Jesu verkündigen. Ich finde, das ist ein großartiges Konzept, das Gott sich da ausgedacht hat, weil ich finde, es vereinfacht so vieles. Es macht es nicht kompliziert. Als ich zum Glauben kam, war die allererste Frage, was willst du jetzt von meinem Leben? Das war eine ganz wichtige Frage, aber wir haben uns verzettelt manchmal in Details. welchen Beruf soll ich jetzt lernen? Bis dahin, einige haben angefangen zu beten, welche Hose soll ich mir kaufen, welche nicht? Versteht ihr, wenn man so sich zerfleddert in den Dingen, verlebt man das große Ziel aus den Augen. Und das große Ziel wäre gewesen eigentlich, Junge, lerne, Jesus ähnlich zu werden. Lerne zu vergeben, vertrag dich mit deinen Geschwistern, liebe sie, ordne dich mal unter. Versteht ihr, diese Dinge auch, ich erzähle nochmal von mir, wie ich es erlebt habe, die waren nicht im Vordergrund, sondern es war ganz stark, auch ehrlich gemeint, was soll ich jetzt tun? Was kann ich jetzt für dich tun? Diese Frage, dabei ist das nicht die primäre Frage, sondern es ist ja beantwortet hier. Du sollst jetzt lernen, die Tugenden Jesu zu leben. Das ist eigentlich deine Aufgabe. Und da hätte ich dann gerne gelernt oder Vorbilder gehabt, die mir erklärt hätten, wie das eigentlich geht. Die mir dann gesagt haben, du, du hast die Kraft schon in dir. Das habe ich erst viel später kapiert, dass wir die Kraft eigentlich schon haben. Und ich möchte, wenn wir unser Seminar haben, einfach nur ermutigen, an das wir in unsere Quellen zurückgehen, die in uns sind. Und die Bestimmung ist eben, das möchte ich noch einmal bewusst sagen, nicht wie wir im griechischen Menschenbild, Gesundheit, Stärke und Schönheit, das sind die griechischen Ideale des Charakters und der Tugend. Das ist bei Jesus nicht so. Gesundheit ist nicht der höchste Wert. Schönheit auch nicht und Stärke auch nicht. Sonst würde es hier stehen, steht hier aber nicht. Hier steht die Tugenden, Jesu zu verkünden. Und seine Eigenschaften, die sind das, um die es uns gehen soll. Da kommen wir noch drauf, auf die Frucht des Geistes. Die sind dann sowohl vom Geist gewirkt, als auch von mir mitgeübt, mitgelernt. Das sind keine übernatürlichen Gaben, das sind Dinge, die ich lernen darf. Da möchte ich noch mit einem Hinweis auf Gemeinschaft diesen Teil erstmal beenden. Bei der Vorbereitung wusste ich nicht so genau, wie das ist miteinander, ob man Fragen zwischendrin macht oder auch ein Gespräch. Danach dann, machen wir das dann so gut. Fragen oder Kommentare sind wir ja auf Augenhöhe. Und damit möchte ich den Gedanken erstmal mal abschließen, den ersten Teil. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Hier ist nicht der Einzelne nur angeredet, sondern alle. Einzelne und alle. Und das dürfen wir jetzt nie mehr vergessen, Charakterbildung ist nicht nur für mich und nicht nur durch mich. Da brauche ich andere. Und das ist die Stärke der christlichen Gemeinschaft. Sollte sie sein, dass ich hier eigentlich in der Gemeinde das lernen kann. Hier zu tragen, hier zu vergeben, hier beim Herzig zu sein. Hier lerne ich das. Man hilft mir dabei, damit ich es in der Welt glaubwürdig leben kann. Und das ist ein Konzept von Gemeindearbeit. Das ist anders, als wenn man sagt, unsere Aufgabe ist, dass wir wachsen. ganz viele Leute wollen. Ja, gut. Aber bleibt die Gemeinschaft dann eine Gemeinschaft, wo man drin selber wachsen noch kann? Das ist dann die entscheidende Frage. Ich glaube, dass hier Gottes Wort starke Prioritäten setzt. Jesus ist der Maßstab und das Korrektiv, wenn wir uns entwickeln. Wir orientieren uns ganz klar an ihm. Und die Gemeinschaft der Menschen um uns soll uns helfen. So, und das wird das die Aufgabe sein, wie man das konkret machen kann, einander zu helfen. Einen Punkt haben wir gesagt, Baustellen zeigen dürfen, wäre ein wichtiger Punkt, ohne dass man sich schämen muss oder verachtet wird, sondern es einfach darf. Schauen wir dann nachher in der zweiten Runde auf das, was in Philippa steht. Zu all dem brauche ich eine entsprechende Gesinnung. Und die Gesinnung ist etwas, wo wir nachher darüber nachdenken wollen, wie das dann weitergeht. Und die Gesinnung ist etwas,